Wenn ich das heute höre, Islam ist ein Glaube im Herzen. Ich finde das eine unendlich hässliche Aussage über diese Religion. Stell dir einfach vor, du weißt, innerhalb der nächsten 30 Sekunden stirbst du. Und jetzt möchtest du jemandem noch etwas mitgeben, was dein Leben verändert. Wie würdest du das in diesen 30 Sekunden anstellen? Das ist Al-Haq ist die Sache, es gibt keine Diskussion darum. Die meisten Diskussionen heute im Internet, die drehen sich einfach um ganz andere Dinge. Da kommen 10 Leute zusammen, der eine ist unwissender als der andere, der weiß gar nicht, worum es geht. Und einer hat mal was gehört und dann diskutieren die miteinander. Das ist es. Stell dir doch mal einen Vegetarier vor. Oder heute Veganer. Veganer. Da sind auch einige von so, es sind so Hardcore-Veganer. Sind schon fast militant drauf. Und der kommt jetzt, oder er lädt euch ein. Ihr kommt zu ihm und er macht eine Grillparty. Schickes Steak auf dem Grill. Er ist Veganer. Von mir aus auch Vegetarier. Aber auf dem Grill liegt ein richtiges, schickes Steak. Könnt ihr euch das vorstellen? Naja, oder? Aber warum nicht? Warum isst der Vegetarier kein Steak? Das ist gegen seine Überzeugung. Er hat eine bestimmte Überzeugung. Er handelt danach. Du kommst zu ihm und es gibt nur Gemüse. Ja, Salat in allen Farben und Farben. Musst du dann überlegen, ob du zu ihm hin möchtest. Aber er ist Träger einer Überzeugung. Er macht das nicht. Ein Umweltschützer, wenn der Öl wechselt an seinem Auto, könnt ihr euch vorstellen, er nimmt das Öl und kippt das in einen Fluss? Er wird das nicht machen. Never. Er trägt eine Überzeugung. Ein Klimaschützer, meint ihr, der fährt mit einem SUV? Wird er nicht machen. Eine Überzeugung zu haben, ist nur dann glaubwürdig. Es macht überhaupt nur Sinn, von sich zu glauben, dass man eine Überzeugung hat. Wenn man danach handelt. Wenn man danach handelt. Und das ist die zweite Eigenschaft, die Allah erwähnt. Illa allazina amanu. Das sind diejenigen, die Iman haben. Sie tragen eine Überzeugung. Die wissen, es gibt mehr. Wou amilu salihati. Sie handeln danach. Sie handeln danach. Iman und Glaube ist wertlos, wenn es einfach nur eine Behauptung ist über das Herz. Es macht keinen Sinn. Wenn man nach diesen Dingen nicht handelt. Ich finde das sogar, wenn ich das heute höre, Islam ist ein Glaube im Herzen. Ich finde das eine unendlich hässliche Aussage über diese Religion. Unendlich hässlich. Das ist keine schöne Aussage. Islam ist eine Überzeugung im Herzen, das ist richtig. Aber es ist etwas, was man nach außen hin sieht. Die Menschen sehen das doch. Mit so einer Aussage, Islam ist ein Glaube im Herzen, du hast alles Schöne von dieser Religion weggenommen. Der schöne Umgang mit deinem Nachbarn, mit deinen Eltern, mit deinen Kindern. Das gute Tun in der Gesellschaft. All das ist plötzlich weg, weil es ist ein Glaube im Herzen. Es ist keine schöne Aussage über diese Religion. Es ist eine sehr hässliche Aussage über diese Religion. Iman ist da, ja. Es gibt eine Überzeugung im Herzen. Aber was diese Religion schön macht, ist der Moment, wo man das nach außen hin sieht. Wenn du jetzt eine Überzeugung hast und du handelst danach, nimm mal zum Beispiel diese Umweltschützer. Ich sage das gar nicht herablassen. Ehrlich gesagt finde ich das gut. Also das sind nur Beispiele, die ich hier wähle und nicht, dass einer denkt so, ich habe irgendwas gegen Umweltschützer oder Vegetarier. Ich habe auch schon Geschwister getroffen, die sagen, dass ich bin Vegetarier, weil ich diese Dinge mit der Massentierhaltung nicht schön finde. Und das ist eine gute Sache. Also ich sage das gar nicht herablassen. Ich sage das nur deswegen, weil es präsente Beispiele hier in der Gesellschaft sind von Leuten, die eine Überzeugung haben und die auch danach handeln, aber nicht nur das. Wisst ihr, was ihr ganz oft bei diesen Leuten beobachtet? Und deswegen gehen die auch manchmal anderen Leuten auf den Keks. Deswegen sagen sie, wow, der Veganer schon wieder. Wisst ihr, warum das so ist? Diese Leute, wenn sie diese Überzeugung in sich tragen, sie versuchen, andere mitzunehmen. Die machen das nicht einfach nur selbst. Die sagen nicht einfach, okay, ja, ich habe mich entschlossen, ich möchte kein Fleisch essen. Die gibt es auch. Aber jemand, der richtig dahinter steht, er versucht, andere mitzunehmen. Umweltschützer machen das, die wir Fridays for Future hatten wir vor kurzem noch. Ich weiß nicht, wie der aktuelle Stand ist. Aber das sind Leute, die gehen jeden Freitag auf die Straße für Umweltschutz, für Klimaschutz in diesem Fall. Das sind nicht einfach nur Leute, die von etwas überzeugt sind und selber danach handeln. Sie versuchen, die Menschen mitzunehmen. Diese Einstellung mit von, kümmere dich um, ich kümmere dich um deine Angelegenheiten, ich kümmere mich um meine Angelegenheiten. Das passt nicht zu einem Muslim. Es passt nicht zu einem Muslim. Der Muslim, wenn er diese Überzeugung im Herzen hat und er baut das in sein Leben ein, er hat automatisch den Wunsch, andere mitzunehmen. Einfach durch das Leben zu gehen und sagen, es ist mir egal, was der andere macht. Irgendwie passt das nicht. Es passt nicht zu einem Muslim. Und das ist die dritte Eigenschaft, die Allah usw. erwähnt. Watawasau bilhaq. Die legen sich gegenseitig die Wahrheit ans Herz. Das ist Watawasau bilhaq. Menschen, sie tragen diese Überzeugung, sie handeln und sie nehmen die anderen mit. Du hast automatisch diesen Wunsch. Du hast automatisch den Wunsch, dass der andere, die Umgebung, die du siehst, dass du sie mitnehmen kannst. Watawasau ist ein schönes Wort. Es kommt von Watia. Watia ist wie ein Testament. Wenn du Watawasau dir vorstellen willst, dann... Watawasau ist eine Sache, sich ans Herz legen. Das ist eine Sache, die wichtig ist, wie ein Testament, wie kurz vor dem Tod. Stell dir einfach vor, du weißt, innerhalb der nächsten 30 Sekunden stirbst du. Und jetzt möchtest du jemandem noch etwas mitgeben, was dein Leben verändert. Wie würdest du das in diesen 30 Sekunden anstellen? Das ist Watawasau. Watawasau soll sich ans Herz legen. Ans Herz legen ist so eine sehr grobe Übersetzung. Aber es hat eine gewisse Dringlichkeit mit sich. Und es ist etwas, was man einem Menschen ans Herz legt, dem man liebt. Und es ist etwas Wertvolles. Nicht einfach nur, diese 30, die letzten 30 Sekunden, die du hast, die wirst du nicht mit irgendwelchem Unsinn verbringen. Du hast noch 30 Sekunden, du wirst die dafür benutzen, etwas Wichtiges rüberzubringen. Das ist Watawasau Belhaq. Das hat nichts zu tun mit den heutigen Debatten im Internet. Nicht, dass ihr das damit verwechselt. Dass ihr glaubt, auf Facebook sind 5000 Leute, die sich gegenseitig die Wahrheit ans Herz legen wollen. Lasst euch davon nicht täuschen. Nein, nein, das ist nicht Watawasau Belhaq. Watawasau Belhaq, ich gebe dir mal ein schönes Beispiel. Das war aus der Moschee in Münster, wo ich war. Ich komme ursprünglich aus Münster. Ich kann mich erinnern, wir waren einmal dort zum Gebet. Wir standen in den Reihen. Und ich stand dort und nehme mir einen Bruder. Und einer kommt zu spät zum Gebet. Wir standen schon im Gebet, wir haben gebetet. Und er schließt sich dem Gebet an und macht dabei einen Fehler. Ich konnte das aus den Augenwinkeln sehen. Und der Bruder neben mir auch. Ein Fehler beim sich anschließenden Gebet. Jetzt ist das Gebet vorbei und du möchtest ihn ja darauf hinweisen. Weil, naja, das ist das Gebet, ist eine wichtige Sache. Eine der fünf Säulen. Und jetzt war ich gespannt, was passiert. Neben mir war ein Bruder, den man in der Moschee kannte. Das ist einer, der hat Vorträge gehalten. Er war, man hat ihm auch Fragen gestellt. Er hatte Wissen. Einer der wissenderen Brüder in der Moschee. Und er wusste, dass der Bruder, der zu spät kam, auch einen Fehler gemacht hat. Er hat es mir nämlich gesagt. Also, ich wusste es von ihm vorher schon. Und ich war gespannt, was passiert, wie er jetzt mit dieser Situation umgeht. Und man würde jetzt denken, er geht zu dem Bruder hin und sagt, hör mal zu, ich habe gerade gesehen, du bist zum Gebet gekommen. Aber das war ein Fehler. Ich wollte dich darauf hinweisen. Eigentlich müsstest du es so und so und so machen. Macht er nicht. Er geht zu ihm hin und fragt ihn nach dieser Sache. Wenn man zu spät kommt, zum Gebet, wie macht man das? Und der Bruder antwortet ihm und er antwortet ihm falsch. Er gibt die falsche Antwort. Und der Bruder, von dem ich weiß, er kannte die Wahrheit, er hat nichts auf ihn geantwortet. Er wartet ab. Er wartet und wartet. Bis der andere von selber auf die Idee kommt, hey, wenn du das nicht weißt, wir können ja den Imam fragen. Und das ist doch der Experte. Und dann gehen beide zusammen zum Imam. Und der Imam klärt das Ganze auf. Nee, so und so ist die Sache. Und das Thema war erledigt. Ich fand das komisch. Ich habe bei dem einen, bei dem wissenden Bruder gedacht, was stimmt denn mit dem nicht? Er hat anschließend gesagt, er wollte nicht, dass er derjenige ist, der ihn korrigiert. Es war ihm lieber, dass der Imam das macht. Wenn der Imam das sagt, da ist nichts in unserem Herzen, kein Ego oder sonst irgendwas. Das ist locker. Aber mit den Brüdern untereinander in der Reihe, da kann schnell etwas in die Herzen reinkommen. Und deswegen hat er alles versucht, dass nicht er derjenige ist, der ihm das sagt, sondern, dass sie irgendwie zum Imam kommen. Und dass die Idee von ihm kommt, nicht von ihm. Dass der andere sagt, okay, wir gehen zum Imam. Das ist Watawasaw Bilhaq. Eine wichtige Sache. Du möchtest ihn, aber nicht so, dass dein Ego irgendwie nach außen tritt. Watawasaw Bilhaq. Watawasaw Bilhaq. Alhaq sind, Alhaq bedeutet sowas wie Wahrheit, aber es ist, Alhaq ist die Wahrheit. Alhaq sind Dinge, die unstrittig sind. Dann kannst du von Alhaq sprechen. Alhaq ist nicht eine Sache, wo es 30 verschiedene Meinungen gibt und du hast eine davon als überzeugend gefunden. Das ist nicht Haq, Alhaq. Alhaq ist die Sache, es gibt keine Diskussion darum. Dann kannst du von Alhaq sprechen. Die meisten Diskussionen heute im Internet, die drehen sich einfach um ganz andere Dinge. Da kommen zehn Leute zusammen, der eine ist unwissender als der andere, der weiß gar nicht, worum es geht. Und einer hat mal was gehört und dann diskutieren die miteinander. Das ist es nicht. Alhaq ist das, was unstrittig ist. Wenn ihr mal im Koran schaut, die Befehle zum Amr bin Ma'ruf, zum guten Befehlen, dass man überhaupt losgeht unter den Leuten. Das ist etwas sehr Interessantes. Die stammen alle aus der Zeit von Medina. Die gibt es im Koran selbstverständlich. Der Muslim ist dazu angehalten, das Gute zu verbreiten. Aber die ausdrücklichen Befehle dazu kommen aus der Zeit von Medina, wo der Islam dominant war in der Gesellschaft. Amr bin Ma'ruf, das kommt später. Der Befehl zum Guten. Der Islam ist dominant. Jetzt kannst du aber den Menschen auf schöne Art und Weise die Wahrheit ans Herz legen. Allen voran in der heutigen Zeit. In der heutigen Zeit ist es unglaublich schwer. Hier an dieser Religion festzuhalten ist nicht leicht. Das ist nicht leicht. Du siehst die Jugendlichen heutzutage, die versuchen zehn Jahre eine Frau oder einen Mann zu finden. Zehn Jahre. Es ist über allermaßen schwer geworden. Der sucht nach einem Halal-Job und findet keinen. Du hast eine Familie, die den Islam nicht mag. Selbst wenn sie Muslime sind. Aber einige mögen den nicht. Und noch dazu leben wir in einer Gesellschaft, wo Haram unendlich leicht ist. Unendlich leicht. Halal ist schwer geworden. Halal ist schwer heutzutage. Aber Haram, mein Gott, wie leicht ist das. In der heutigen Zeit ist es schwer, an diesen Dingen festzuhalten, an dieser Religion festzuhalten. Aber genau deswegen ist dieses Watawatha Bilhaq, diese schöne, liebevolle Art, die Menschen zur Wahrheit zu ziehen. Hast du von dem Video profitiert? Dann ermögliche uns, weitere Videos wie diese zu veröffentlichen. Mach dazu jetzt eine kurze Pause. Geh in die Beschreibung. Klick auf den Link und unterstütze die DIN Academy. DIN Academy. Vielen Dank.